Mich hast du voll überzeugt. Aber du schläfst auch mit mir. Vielleicht muss ich mir überlegen, mit Dennis zu schlafen. Okay. Wie geht's dir? Erzähl ich dir beim Kaffee. Ist das eine Einladung von Trainerlegende Dennis Öztürk? Ich würde nicht abschlagen. Auf gar keinen Fall. Los geht's. Okay. Oh, und blöd, blöd. Die, 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 die. Die, 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 die. Die, 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 die. Watt was du? A, 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 A Aber, Dennis. Ich liebe Chiara, da ist zwischen uns war ein erlautes Sack. Akzeptier das bitte. Danke. Ich hab es schon gedacht. Hör dich hin. Gerade jetzt, ich brauche dich. Bitte, sende sicher. Chiara darf das nicht erfahren, das musst du mir versprechen. Sie wird ausraschen, wenn sie das von uns erfährt. Ganz gut nicht. Aber es zu verheimlichen, meinst du, es macht es besser? Chiara ist gewiss nicht dumm, du musst es ihr sagen. Ich kann es ihr nicht sagen. Wow, so eine liebevolle Begrüßung. Du hattest Sex mit Dennis.